Top 5 Beste Rasierer für Männer, Microtouch im Vergleich Ich bin sehr zufrieden mit dem Titanium Haarschneider für Herren. Der Clipper ist sehr professionell und einfach zu bedienen, dank des USB wiederaufladbar schneidet, trimmt und stylt Mechanismus. Die 5 Aufsätze machen es einfach, sowohl Haare als auch Gesicht und Körper zu trimmen und zu stylen. Ich liebe die graue Farbe und das moderne Design. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall empfehlen, besonders für Männer, die Wert auf ein gepflegtes Aussehen legen und selbst Hand anlegen möchten. Ich habe mir den Microtouch Titanium Trim Haarschneider gekauft und ich bin wirklich zufrieden damit. Die Edelstahlklingen sind sehr scharf und die 5 Aufsätze sind sehr praktisch. Ich kann den Haarschneider für Haare, Gesicht und Körper verwenden und er ist sehr einfach zu bedienen. Außerdem ist er sehr leicht und handlich, was für längere Styling-Sitzungen sehr wichtig ist. Ich kann diesen Haarschneider auf jeden Fall empfehlen, besonders wenn man ein anspruchsvoller Kunde ist, wie Dominic Thiem. Ich liebe den Philips Multigroom Serie 90012 IN1 inklusive OneBlade, Gesicht, Haare und Körper mit Dual-Core-Technologie, Modell MG971090. Er erfüllt all meine Bedürfnisse und ist sehr einfach zu bedienen. Das Gerät ist sehr vielseitig und enthält alle Aufsätze, die ich brauche. Ich mag besonders die Trimmer- und Scherer-Funktionen, die sehr genau und schnell sind. Außerdem passt das Set perfekt in meine Tasche und ich kann es überall hin mitnehmen. Insgesamt ein großartiges Produkt, das ich jedem empfehle, der auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen und vielseitigen Trimmer ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Remington-Bart-Trimmer Herren MB4700. Die digitale Touchscreen-Oberfläche ermöglicht es mir, die Länge meines Bartes im Bereich von 0,4 bis 18 mm genau einzustellen. Der Netz- oder Lithium-Ionen-Akkubetrieb ist super praktisch und ich schätze die Micro-USB-Ladefunktion, da ich so auch unterwegs schnell laden kann. Der Bartschneider ist leicht und einfach zu handhaben und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Insgesamt ein tolles Produkt für die Gesichtshaarpflege. Ich bin absolut begeistert von meinem Finishing Touch Flawless Haarentferner. Das Aufladen geht schnell und einfach und ich kann ihn bequem unterwegs verwenden. Das Epilieren ist diskret, schmerzfrei und sicher, selbst für meine empfindliche Haut. Die zwei Ersatzköpfe sind ein großartiger Bonus und ich liebe es, wie einfach es ist, sie auszutauschen. Als Frau würde ich dieses Produkt jedem empfehlen, der eine einfache und effektive Lösung für die Haarentfernung sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.